herzlich willkommen bei offenbar heute wieder mit einem interview ich freue mich sehr zu gast zu haben professor benjamin kielscher 37 jahre und ja der erste schweizer bei uns hier bei offenbar herzlich willkommen benjamin schön dass du da bist danke für die einladung benjamin du wurdest bereits mit 35 jahren berufen zum ordentlichen professor für altes testament an der staatsunabhängigen theologischen hochschule in basel der sth und das sieht dann eigentlich nach einer ziemlich stringent geplanten akademischen karriere aus war es auch so können wir uns das so vorstellen nein würde ich nicht sagen also einige dinge habe ich schon ein bisschen geplant dass ich direkt an den master das doktorat studium anschliessen konnte damit ich das zügig auch durchziehen kann aber ich glaube einiges was im hintergrund steht ist ich sag es mal so meine lehrer haben sich bei den eltern immer beschwert ich sei ein minimalist und rückblickend sage ich eigentlich immer minimalismus hat die kehrseite der effizienz man lernt nämlich alles unwichtige wegzulassen und dadurch war ich eigentlich immer ein recht eben effizienter schneller arbeiter sowieso mit texte schreiben liegt mir und dadurch habe ich relativ schnell halt meine qualifikationsschriften geschrieben dass es aber gerade so gepasst hat auch jetzt mit der professor und vor der assistenzprofessur in basel das war auch ein bisschen ein zeitlicher zufall also ich habe eigentlich schon damit gerechnet zuerst ein paar jahre im voramt zu verbringen das ist schon das richtige stichwort du hast es nicht nur akademische karriere verfolgt sondern warst auch im voramt du warst vier jahre lang facher in usta und dann zum vikariat in hinwil im kanton zürich in der schweiz wenn du das so vergleichst was vermisst du im lehrbetrieb eigentlich am meisten was hat dich am meisten irgendwie so geprägt wurde sagt wurde heute vielleicht eher fehlt aus einer zeit ja also ich habe es natürlich immer so positiv formuliert dass ich eigentlich im lehrbetrieb diese dinge machen für dich fähig war im voramt und die für dich sowieso nicht so geeignet war die habe ich nicht mehr so stark also dass die jahre in us war sowieso nur eine 20 prozent anstellung das war eigentlich viel im verkündigungsbereich was ja ähnlich ist was ich auch jetzt noch machen den gemeinden was ich schon sagen würde was vielleicht doch ein bisschen fehlt wobei als ich drin war habe ich eigentlich nicht gedacht dass ich vermissen würde weil ich es eigentlich eher schwierig fand ist die konfirmanden arbeit und die kriegt so rückblickend vielleicht auch ein bisschen eine verklärung aber das irgendwie doch faszinierend ist auch mit so jungen und jetzt nicht so übermässig frommen zum teil menschen zu arbeiten aber als ich dran war fand ich eigentlich nicht dass ich es besonders gut kann und auch nicht dass ich es besonders gerne mache aber irgendwie war es trotzdem eine gute erfahrung jetzt bist du professor für altes testament geworden und das alte testament davon haben schon viele christen haben so manche mühe damit ich kenne viele christen die versucht haben also vom ersten buch mose an die bibel durchzulesen und viele sind im dritten spätestens im vierten buch mose auch dann kläglich gescheitert die ganzen gesetze und dann die ganzen namenslisten was fasziniert dich am allen testament so dass du gesagt hast dort würde ich meinen schwerpunkt meiner forschungsbetrieb auch drauf legen der weg der mich ins alte testament geführt hat es ist immer ein bisschen schwierig rückblickend überhaupt genau zu sagen das war ausschlaggebend aber ich würde sagen vielleicht etwas zwei dinge das eine ist ich habe mich immer für die anfänge und für das alte interessiert also ich habe mich auch in der kirchengeschichte immer für die alte kirche besonders interessiert wollte wissen wie hat alles angefangen und das ist im alten testament sicher eine ähnliche faszination auch im schulunterricht beginnt mit den griechen und man weiss vielleicht dass es noch ägypter gab aber eigentlich in eine zeit zurückzugehen die vor der zeit zu grossen teil liegt der geschichte wie sie sag mal im allgemeinen bewusstsein vielleicht ein bisschen bekannt ist das hat mich fasziniert aber ausschlaggebend war vor allem auch dass ich im theologiestudium realisiert habe dass ich für meine was immer ich zukünftig mache im alten testament am meisten hilfe brauche weil es das fremdeste der fach der fremdeste der fachbereiche ist und dann habe ich angefangen eigentlich überall welche wahlmöglichkeiten hatte dorthin zu gehen weil ich dachte wenn ich dann mal pfarrer bin oder so dem neuen testament komme ich schon irgendwie klar und dogmatik und so das kann man alles auch ein bisschen selber machen aber im alten testament brauche ich hilfe und dadurch wurde es mit der zeit einfach auch zu meinem stärksten fach weil ich am meisten investiert habe das ist auch so ein bisschen so aufbruch zurück zu den quälen zu den ursprüngen und auch zu verstehen und das wird sich auch decken mit der erfahrung dass viele eher mühe haben der gemeinde basen mit dem alten testament gerade weil es eher fremd ist spannend gibt es vielleicht auch gerade dieser auf diesem weg zum allen testament für dich persönlichkeiten theologen die dich sehr geprägt haben die dich irgendwie fasziniert haben wo du vielleicht auch sagen würdest die lohnt sich heute für jeden ob jetzt theologie student oder gemeindemitglied auch dort auch wirklich sich reinzugraben vielleicht sogar speziell der ein oder anderen schweizer theologen wo du sagen würdest der lohnt sich wirklich sehr ja also ich muss sagen ich war immer theologisch breit interessiert und ich bin jetzt eigentlich nicht so stark über bestimmte theologen ins alte testament gekommen die habe ich zum teile eher erst entdeckt und das ist ich würde sagen vielleicht zu über 90 prozent eher aus dem englischen sprachraum dinge die ich da lese schweizer alttestamentler der in gewissen dingen mir nahe ist ist sicher wilhelm fischer ein basler war das auch der zwei bände das christus zeugnis des alten testaments geschrieben hat was ja auch ein thematischen bezug hat zu meinem vortrag sonst aber in meinem lebens und auch glaubensweg theologisch ist sicher ich würde sagen die prägendste figur die mich vermutlich auch überhaupt in die theologie gebracht ist c.s louis denn ich schon im gymnasium entdeckt habe und ich habe dann eigentlich anstatt irgendwie gamüs und was auch immer gelesen habe ich habe das die sache nicht gelesen für den unterricht und habe immer c.s louis gelesen und habe glaube ich bis zur matur ich würde schätzen etwa 20 seiner bücher romane und essay bände und so gelesen und ja er war für mich sicher schon sehr eine prägende gestalt und dann auch leute die auch mit ihm verbunden sind entweder weil sie ihn rezipiert haben oder auch weil er sich viel auf sie bezogen hat und sonst theologisch sind zum teil auch die großen klassiker also martin luther ist für mich sehr wichtig dietrich bonhoeffer ja und vielleicht was ich doch auch noch den nicht schweizern empfehlen würde schriften von einem pfarrer allerdings keine theologischen schriften aber weltliteratur ist jeremias gotthelf meiner meinung nach der einzige schweizer schriftsteller der wirklich in der obersten liga spielt literarisch und er war ja pfarrer und hat gemerkt dass er mit seinen predigten die leute nicht mehr erreicht und er hat eigentlich seine romane nicht zuletzt auch geschrieben um die bevölkerung mit der christlichen botschaft auch und auch mit ja mit einer christlichen antwort auf die großen umbrüche in der nach napoleonischen zeit zu erreichen das sind schon sehr gute gewinnbringende werke vielen dank das ist auf jeden fall sehr gute tipps william fischer wurde angesprochen hast hat ja seine forschung zum einen testament gerade in einer zeit gemacht wo es eigentlich gesellschaftlich sehr umstritten war zur zeit des nationalsozialismus und in dieser zeit hinein sich mit dem alten testament so intensiv zu beschäftigen und christus im alten testament hervorzuhoben war ja schon noch eine besonderheit aber auch irgendwie wenn man die kirche nicht durchgeht merkt man in ganz ganz vielen phasen war das alte cement sehr umstritten ist der frühchristliche heretiker martion im zweiten jahrhundert bis hin zu ade von harnack der auch zur zeit des nationalsozialismus und heute aktuell in professor notgas lensker der auch hier das alte testament immer wieder unter beschuss nimmt und immer ist so die frage was hat es eigentlich für eine bedeutung für uns ist es alte testament von gleicher bedeutung wie das neue testament oder soll es nicht eher herabgestuft werden auf dem testament zweiter ordnung oder vielleicht sogar ganz aus dem biblischen kanon auch entfernt werden was würdest du sagen was würde der christenheit heute fehlen wenn wir zum beispiel das alte testament aus der bibel entfernen würden ja ich also ich möchte eigentlich auf zwei ebenen antworten das eine ist glaube ich ein vielleicht auch missverständnis dass auch bei vielen christen vorhanden ist dass sie die bibel als eine art also hat wie ein buch sind hält informationen dann werde die frage welche informationen würden uns fehlen ich glaube aber schon mit dem reformatorischen schriftverständnis und auch überhaupt mit dem christlichen schriftverständnis dass die bibel nicht nur ein buch der informationen sondern dass es das lebendige wort gottes ist und das bedeutet gott ist selber in diesem wort gegenwärtig und wenn man es dann verliert egal ob alt oder neu testament ist dann verliert man die gegenwart des geistes der sich an schriftwort auch bindet glaube ich das ist sozusagen auf der ganz existentiellen glaubensebene und das andere ist dann das inhaltliche natürlich also man würde im prinzip würde man auch alles verlieren man würde christus verlieren argumentiere ich auch in meinem vortrag dass eben christus auch im alten testament gegenwärtig ist man würde auch dass das wissen über schöpfung über über sünde über über wer ist eigentlich der mensch und auch um vielleicht noch eine thematik anzusprechen die dann auch oft kommt du hast auch angesprochen vom dritten mosebuch die leute abhängen mit rein und unrein und viele denken eigentlich ja das gibt es nicht mehr rein und unrein alttestamentlich aber im neuen testament wird oft gesagt noch im letzten kapitel der bibel offenbarung die unreinen haben keine platz im himmlischen jerusalem also es gibt auch im neuen testament eine unterscheidung zwischen rein und unrein und darüber nachzudenken womit haben wir es zu tun es geht eigentlich immer um fragen von leben und tod auch bei diesen kategorien ist sehr erhellend und sehr gewinnbringend vielen dank und auch das ist der gleiche gottes der sich im alten wie im neuen testament offenbart und gegenwärtig ist deswegen sind wir auch bei offenbar paulus sagt in römer 1 vers 16 die bedeutende stelle für martin luther für die die reformation noch ausgelöst hat das evangelium den juden zuerst gilt und dann den heiden es ist natürlich die sogenannte juden mission heute was sehr sehr umstritten ist vor allem natürlich für mich als deutscher und im deutschen kontext auch aufgrund der historischen verantwortung es ist sehr umstritten die frage soll man eigentlich juden überhaupt von jesus christus erzählen als ihren als ihren eigenen messias auf den sie warten als experte für das alttestament und du hast dich sehr intensiv auch mit der hebräischen bibel dem tenach und der thora beschäftigt wie können christen mit juden ins gespräch kommen und gibt es irgendwie wege wie du sagen würdest wie können wir christus bezeugen angegriffen angemessen arten weise speziell den juden ja also das eine ist natürlich mein eindruck ist dass die diskussion oft sehr abstrakt ist weil christen sehr oft gar keine juden eigentlich kennen also es ist ja zuerst ist mal eine ganz persönliche frage der persönlichen begegnung also es gibt ja auch nicht den juden die sind ja so vielfältig auch in ihrem denkart und so wie wir christen auch und tag geht es eben zunächst einmal auch um die persönliche begegnung um das interesse auch am menschen um die freundschaften und gar nicht so sehr darum einfach wie kann ich es jetzt ihm sagen und das andere würde ich dann sagen es gibt also jetzt auch auch in der in der forschungsgeschichte vieles auch der übrigens der bibelkritischen forschung hat oft auch mit antisemitismen zu tun im 19 jahrhundert ja auch in der neutestamentlichen forschung wo man jesus möglichst vom judentum sozusagen als antithese nehmen will und distanzieren möchte alles ist dann hellenistisch von den griechen und nicht von den juden und es gibt eigentlich so seit den 70er jahren zum teil auch als eine reaktion auf das was im zweiten weltkrieg und die shoah eine wiederentdeckung auch der alttestamentlichen grundlagen des neuen testaments der auch des neutestamentlichen verständnisses von jesus ein ganz wichtiges buch es gibt eben auch juden die dazu schreiben ist in den 70er jahren glaube ich auch erschienen und das zeigt dass das bekehrungserlebnis von paulus eigentlich sehr stark bezug nimmt sogar zum teil parallele formulierungen zu hezekiel zur thronvision hezekiels mit dem geöffneten himmel und zeigt dass eben auch das urchristliche denken über jesus als gott nicht nur als ein mensch der besonders gut war als gott sehr stark eigentlich im judentum verankert ist und wo man jetzt also auf meiner ebene mit auch jüdischen bibelwissenschaftlern im gespräch ist die sich mit diesen theologischen fragen überhaupt befassen ist schon glaube ich ein sehr hilfreicher ansatz zuerst auch mal das spezifisch jüdische des neuen testaments und des christentums wieder zu entdecken und dann kann man auch darüber ins gespräch kommen wie im judentum und im christentum alter dann auch alttestamentliche texte verstanden werden aber ist sozusagen mal das jüdische im eigenen auch erkennen und schätzen zu lernen wenn ist da ein ganz wichtiger schritt vielen dank ja das ist das eben auch angesprochen hier sekiel und die verbindung auch vielleicht auch über paulus hier sekiel ist eine spezielle forschungsschwerpunkt von dir wenn ich jetzt so darüber nachdenken ich kenne glaube ich keinen christen der ganz bewusst sagt hier sekiel das buch hat sie ihm angetan das wärst du erst an der erste der das so sagt und vielen ist wahrscheinlich auch wie das alteste mit insgesamt aber auch das buch hier sekiel im speziellen irgendwie auch fremd was würdest du sagen einem christen der sagt ja vielleicht will ich mich jetzt auch durch das interview irgendwie immer beschäftigen was ist das wo sage was gibt es dort zu entdecken wo soll da vielleicht anfangen und was sind so die feinheiten wo du sagst dass das sollte man nicht wissen im leben eines christens ja es ist halt also ich finde man manchmal um vielleicht eher etwas kritisch zuerst zu antworten überfordern wir auch einzelne christen wenn wir denken sie müssen sozusagen bei sich zu hause ein buch nehmen und verstehen der 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 kämmerer das ist ja in der apostelgeschichte der liest jesai ja und sitzt auf seinem wagen und liest und sagt ich verstehe nichts und dann kommt sendet gott philippius zu ihm und er hilft ihm verstehen und ich würde jetzt glaube ich gar nicht so sehr christen ermutigen um einfach sich selber mit allem was sie haben das hezekiel buch anzueignen sondern ich glaube vermehrt gerade auch altes testament müsste die das verständnis der schrift und das erkunden müsste auch in gemeinschaft von glaubenden geschehen und das heißt unter anleitung so wie jetzt philippus macht und da kann man natürlich zuerst mal sagen vielleicht gibt es gute hilfsbücher zu hezekiel da muss ich im moment leider sagen würde ich wieder auf englische literatur verweisen ich habe jetzt bei uns in der gemeinde eine also angefangen fortlaufen durch das hezekiel buch zu predigen und hoffe dass vielleicht daraus dann auch mal predigband entstehen könnten das könnte eine solche hilfe sein aber sonst im prinzip bei den pfarrern und pastoren der gemeinden auch einfordern dass sie auch helfen diese bücher zu verstehen dass sie darüber predigen dass sie vielleicht darüber auch mal ein kurz seminar machen oder bibelstunden oder was auch immer es für erwachsenbildnerische angebote gibt wo sollte aber dann so ein pastor und gemeindepastor wo sollte er anfangen soll da ersten kapitel 1 anfangen chronologisch durch predigen oder würde sagen hier sind so auch kernkapitel wo sagen dass das ist was wirklich ein schatz zu heben auch dann ja wichtig glaube ich ist schon überhaupt bei büchern wenn man wenn man ein verständnis für das gesamte hat und wenn man das sich aneignet auch sozusagen die buchstruktur die theologischen schwerpunkte versteht dann kann man eigentlich auch dann ein bisschen entscheiden wo man reingeht ja also ich mache bei uns jetzt auch regelmässig eine hezekiel vorlesung beispielsweise auch weil ich also ich wurde auch schon angesprochen das typische sein doch solche vorlesungen zu jesaja zu erste mose psalmen und ich finde es eigentlich schon hilfreich wenn man eben auch lernt wie man mit den büchern arbeitet die nicht so oft in gebrauch sind sage ich jetzt mal in den gemeinden wenn du vorhin es noch gesagt hast ein englische literatur hast du ja einen konkreten titel wo du uns sagen würdest das buch lohnt sich aus der englischen literatur auch zu lesen und zu studieren zu hezekiel was es gibt von michael lyons heißt er gibt seine schöne einführung ist relativ dünn ins ezekiel buch und es gibt auch einen pol choice heißt er einen auch taschen buchartigen kommentar wozu jedem kapitel so drei vier seiten eigentlich drin sind wo ich finde es gelingt ihm sehr gut was vielen kommentaren nicht gut gelingt nämlich nicht das zu sagen was ich auch selber verstehe wenn ich lese sondern sozusagen die die wichtigen dinge herauszugreifen und auch theologische verstehens hilfen zu geben vielen herzlichen dank dann lesen wir erst mal die und dann freuen wir uns und warten auf dein auf dein buch das du dann hoffentlich bald veröffentlichen wirst vielen herzlichen dank fürs gespräch